Einen launder Einlauf hier und heute für Hendrik Oschmarrn! Und als das Lamm das siebente Siegel brach, entstand im Himmel eine große Stille, die erst nach einer halben Stunde endete. Ich bin der Herr, der die Krippe zu einem Kraft macht. Ich bin der, den die Sterne angekündigt hat für die ewige Nacht. Ich bin der, dessen Herz aus Schwarz ist und stark geschmiedet. Ich bin der, der das glorreiche Ziel Satans ungeborener Seele besiegt. Und als das Lamm das siebente Siegel brach, entstand im Himmel eine große Stille, die erst nach einer halben Stunde endete. Ich bin der Herr, der die Krippe zu einem Kraft macht. Ich bin der, den die Sterne angekündigt hat für die ewige Nacht. Ich bin der, dessen Herz aus Schwarz ist und stark geschmiedet. Ich bin der, der das glorreiche Ziel Satans ungeborener Seele besiegt. Ich bin der Herr, der die Krippe zu einem Kraft macht. Ich bin der, den die Sterne angekündigt hat für die ewige Nacht. Ich bin der, dessen Herz aus Schwarz ist und stark geschmiedet. Meine Damen und Herren, hier ist für Sie Hendrik Arschmann! Ich bin der, dessen Herz aus Schwarz! Vielen Dank. Ich bin der, dessen Herz aus Schwarz ist und stark geschmiedet. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wow, meine Damen und Herren, das ging schnell! Aus dieser Aushebetechnik hier in eine Würge von Henrik Oschmann geraten. Friedrich Thomas konnte sich hier nicht weiterhelfen, als den Kampf aufzugeben. Ganz klar, die Gesundheit des Kämpfers muss natürlich vorgehen. Das ging ja doch ziemlich zügig. Henrik Oschmann, der von der Teebelbahn Nachtfieber vom Ball aus Magdeburg von den Friseuren aufgedreht und von der Fitness-Class und Bar K1 gesponsert wird, hier für Sie am Start. Die Kämpfer in die Ringmitte, bitte. Genau, okay. Meine Damen und Herren, Sieger durch Aufgabe in der ersten Runde, der Kämpfer in der blauen Ecke, Hendrik Oschmann! Alexander Oschmann! Alexander Oschmann! Untertitelung des ZDF, 2020